war hier in der schubladen schlüssel ist ja irgendwie dass der über das stromkasten gewünscht aber im vater im büro war ich doch da ist er doch problem ist nur ich finde jetzt den raum nicht mehr da ist auch noch ein spiegel ja jetzt müssen wir wieder runter Da gibt es alles nichts. Ne, da gehe ich nicht durch. Wo gehen wir runter? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, aber in der Küche habe ich ein bisschen Schüsse. Das guckte auch noch extra dahin, ne? Ja, sicher. Dann würde ich in dem Letzplay auch alles drauf haben. Das ist aber ziemlich dunkel hier, wa? Das ist aber so dunkel, dass ich sagen würde, ich gehe da nicht weiter. Ah, so dreht er sich immer so. Da durch? Ne. Hier, wo kann man denn da hin? Wo kann man denn da hin? Ist hier am Fenster Licht? Ja, von der Straßen, von der Straßen bestimmt. Ist hier. Das ist schon mal sehr gut. Dann kann ich jetzt erstmal das Feuerzeug wegwerfen. Und ja, ab jetzt können wir auch wieder Feuerzeuge gebrauchen. Ja. So, da hinten ist noch irgendwie schon. Ach, das war der mit dem Rätsel, der Rätselraum. Dann können wir ihn auch nicht lösen. Da weiß ich schon gar nichts mehr mit dem Raum. Dann können wir jetzt unten durch die Garage durch. Dann kommen wir, glaube ich, wieder in diesen einen Kellerraum rein. Den wir ja auch sowieso hin müssen. Den Hammer müssen wir nochmal holen. Ja. Und was wollten wir noch da unten? Irgendwann wollten wir noch. Erstmal wollten wir den Strom ausschalten. Ja, anschalten. Genau, den Strom. Den Stromraum, genau. Das meinte ich. Guck mal jetzt. Ja. Nein, ich kann eine Wille nehmen. Ach, du bist dort. Junkie. Die letzte. Hier lagen keine Männer. Keine Pillen. Scheiße. Oh Mann. Ähm. Das war jetzt auch nicht, wo ich hingehen wollte. Ah ja. Nee. Halt schon wieder auf. Ach, ich höre die alte schon wieder. Äh. Ist hier Licht? Komm, es ist hell hier. Jaaaa. Scheiße, das Gehirn bleibt. Aber er hat doch schon die Pillen wieder eingeschmissen, ey. Das war ja zu früh. Ja. Scheiße. Verdammt. Jaaaa. Das waren wir gerade kurz entspannt. Ich weiß nicht wohin jetzt. Ist das Schlimme. Aber wir müssen irgendwas tun. Können hier nicht stehen bleiben. Ah, jetzt gehen wir wieder Richtung Küche. Nee. Da räuchte ich die. Oder räuchte ich sie hier? Ähm. Wie wird sie irrschen sehen? Irgendwo räuchte jetzt nicht. Sie räuchte überall. Ja. Kacke. Nein nein nein. Wo kann ich denn jetzt hingehen? Donc oh, mach ihn nicht auf. Du kannst vergessen.. Was machst du? Ich geh dahin. Warum?! nein aber hallo als wenn die jetzt noch vor der tür steht auf einmal richtig nah da dran also geht mich vollzeug nicht aus ich kann mich vollzeug nicht ausmachen die kommen näher ich hoffe da durch den spiegel will ich ja nicht dann müssen wir wieder unten durch na ja genau nein naja der erste tod ja eben ja das geht ja noch also zumindest in diesem kapitel sonst hatten wir ja schon ein paar tode jetzt stehen wir hier jetzt haben wir den kompass in der hand ich hoffe wir waren schon waren wir schon ja erstaunlich entspannt gerade dafür doch beim dunkeln stehen ja komisch aber gut wollen wir das mal nicht herausfordern also den kompass kann ich wegschmeißen schon ist der strom noch nicht ausgefallen oder so er hat 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 er sagt er auch mal hinterher und er hat er hat er wo kann man in die Nummer na Ah! Doch gar nicht. Hahaha! Entsetzen alle so! Ah! Ah! Oh Mann, ey! Ähm... Schmeiß weg. Ne, fokusser. Leider lässt's Gehirn einfach nicht mehr. Haben wir den Schlüssel schon? Ne. Ne. Also, jetzt müssen wir schon wieder ins Büro. Hm. Ganz toll. Und ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Na toll. Ne, hier kamen wir nicht weiter, ne? Nein. Nein. Da ging der Raum, da war zu. Und da war... Ne, da kommen wir dann wieder in den Keller. Ne. Ähm. Genau. Aber wir könnten hier noch mal ein bisschen auftanken. Hoffentlich. Ja, ich guck, die ihn geht weg. Auch zu knarren. Nein. Es gibt keine Kinderlaute hier. Ja, vor allem geht's uns ja grad gut, also lass doch mal spielen. Ja, so ein bisschen ist es noch da, aber es sollte mal so langsam ganz so schön, ja. Das sieht gut aus. Das ist immer noch zu sehen. Aber nicht mehr besonders stark. Ja. So. Jetzt hab ich ja wieder den Raum vergessen, äh, den will ich vergessen zu dem Raum. Ähm. Lass mal durchs Klo. Okay. Ich komm überhaupt nicht über diese nackten Oma-Hintern, ey. So richtig vollmondmäßig, ey. Hö. 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 Was ist das? ich würde ich würde mich da so was von verlaufen 0 orientierung jetzt finde ich es wieder nicht da genau vielleicht ein bisschen licht oder so da ist der schlüssel so nee warte mal ein bisschen speichern Okay, das müssen wir also wieder nach unten und wissen wir da nicht wie. Nö. Oh, war das ein schönes Geräusch? War das eine von euch oder war das? Nein. Das wäre mir lieber gewesen. Jetzt hafst du gleich wieder Ding Dong. Sind wir wieder hier durchgelaufen? Ne, da nicht. Unten durch den Spiegel? Weiß ich nicht. Oder was haben wir gemacht? Egal, ich gehe da durch. Ja, ich glaube das war gut. Ja, war gut. Ja. Schön, wenn man sich am Ende des Ganges unser Gehirn noch mal generiert will. Ja, ne? Es ist nämlich sehr hell hier, Gehirn. Hehehe. Hehehe. Falls du es nicht merkst. Ja, genau. Hehehe. Hehehe. Ich glaube das wird schwächer. Hehehe. 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 ich speichere nochmal weil das mag sein lässt noch nicht zu kommt vor spannung um ja aber den würde ich doch jetzt noch nicht ja gut du kannst ja fallen lassen jetzt es ist das stromraum dann ich hatte den linken erinnerungen was das in diesem holzbalken raum da war in diesem gang oder was aber das muss nichts heißen war da die tür da geht es hoch ne war da links die tür lichtschalter kann man ja mal verwechseln kreis gelaufen aber der muss doch hier sein nie ich wollte mich schon immer mal durch den lichtschalter zwängen doch vielleicht ne wir rennen hier schon in dem kreis gelang der war doch hier unten ja war er auch ist das klug das gibt es doch gar nicht das tut der lagerraum naja bitte da war beim ersten mal war dann es läuft gar nichts mehr ja sind wir auch mal ganz zufrieden jetzt ich habe schon noch früher noch wieder glaube ich ja es wird dicht ja wenn ich glaube der haken war brauchten wir dann aus naja es war keine haken so haken genug schon jetzt müsst ihr die lampe hier wieder gehen der hocker ist jetzt im lagerraum verstaut ja das fernseher streiten komm ich stehe nicht aber voll massiv im licht ja kann man das bitte mal würdigen ich muss mal reinschauen aber ein bisschen ist noch da ja noch zu viele aber hier müsste doch möglich sein wieder zu speichern oder ja sehr gut ist da jetzt das licht aus hier wer macht denn jetzt geräusche so was hatten wir vor wir brauchten noch geht hier das licht ja ja auch komisch dass man immer erst so an außen dann geht es an ja wahrscheinlich weil der auf anstand da musst du ihn erst auf ausschalten und dann wieder auf ein das ist die trick technik technik die begeistert genau ewig ein voertig ja pillen wäre nochmal schön hatten wir jetzt eigentlich alle spielzeuge und die habe ich ja schon wieder alles verdrängt alle spielzeuge ja welche spielzeuge ähm ähm kürzbäckchen ähm ich glaube nicht ne also wir haben zwei ich meine nämlich auch nicht die rakete den stern das war es schon ja 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 ja